Kaufland hat uns auf eine Challenge geschickt und zwar sollten wir mit zwei Gegenständen bei irgendwelchen Koordinaten überleben. Sind dann zu den Koordinaten losgefahren, naja, es war ein einsamer Wald mit See, bis dann auf einmal dieses Licht auftaucht. Es war ein rotes Licht und ist ja klar, ein rotes Licht, ich muss da hin. Und dann Jonas so, ja okay, dann nehmen wir doch das Boot da. Wow, super, ein Boot, wenn es nicht komplett voller Löcher wäre. Wir haben dann unsere ganzen Rucksäcke entleert, was uns irgendwie helfen könnte, aber irgendwie, das hat uns nicht so viel gebracht. Außer leer, die hat ja zuwilligerweise noch dieses Tape mit am Start, wo wir uns einfach mal ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Aber auf einmal war es unsere Rettung und Lea hat einfach unser Boot repariert. Wir haben uns das Boot geschnappt und sind dann rübergerudert und dann näherten wir uns dem Licht. Ich war schon ganz gespannt, was könnte es sein und es war einfach eine Erdbeere. Naja, aber die Erdbeere war wirklich wunderschön, also wir hatten irgendwie alle das Verlangen, sie anzufassen. Egal, wir haben sie alle berührt und dann plötzlich auch immer. Wir schauen nach rechts und wir schauen nach links und auf einmal schauen wir nach vorne. Und es war einfach ein Regal vor uns. Berry Boom Regal, die neue Sorte von HeyGum, wow. HeyGum Berry Boom, eine echte Geschmacksexplosion. Exklusiv und limitiert bei Kaufland.